Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie sich ganz einfach Docker auf Ihrem Raspberry Pi installieren können. Docker ist ein Containerprogramm, das es dem Nutzer sehr leicht macht, komplexere Installationen zu vermeiden und stattdessen einfach einen fertigen Docker-Container zu nutzen. Als mögliches Beispiel, in einem anderen Video haben wir bereits gezeigt, wie Sie sich ganz einfach einen Signal-Proxy oder Signal-Proxy mit Docker einrichten können. Link natürlich in der Beschreibung und die Installation des Proxy und der entsprechenden Verschlüsselung inklusive Zertifikate. Ohne Docker wäre so aufwendig und fehleranfällig, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Und aus dem Grund haben die Entwickler dann zum Beispiel gesagt, gut, wir machen einen fertigen Docker-Container für den Nutzer. Das ist eine Zeile Code, die er am Ende ausführen muss und am Ende läuft das Ganze. Also viel einfacher wird es da nicht mehr. Wir machen jetzt hier das komplette Programm. Abgesehen von Docker wird natürlich auch noch Docker-Compose installiert und Portainer, die Benutzeroberfläche, die man dann später benutzen kann, um über den Firefox oder den Google Chrome, je nachdem, was Sie da lieber benutzen, ganz einfach die entsprechenden Container zu administrieren. So, mein Raspberry Pi, der ist jetzt schon auf dem neuesten Stand. Den habe ich eben schon mal aufgerufen und dann aktualisiert. Das haben wir alles in anderen Videos gezeigt. Das wollen wir nicht immer wieder von vorne zeigen. So, ich schalte mich jetzt wieder über die Eingabeaufforderung auf. Unter Windows 10 ist das ganz einfach. Klappt natürlich genauso auch unter Windows 11. Wahrscheinlich auch unter Windows 8. Habe ich jetzt aber nicht geprüft. Aber natürlich auch unter Linux und auch auf dem Macintosh. Für den Fall der Fälle, dass Sie, das haben wir mal in einem anderen Video gezeigt, einen Desktop auf Ihrem Raspberry Pi installiert haben und auch noch XRDP, dann können Sie sich natürlich auch darüber jetzt über den Remote Desktop, unter Windows halt, hier ganz kurz gezeigt, der Remote Desktop drauf schalten und dann eben das Ganze ganz normal machen. Dort aber natürlich dann auch einen Terminal öffnen. So, hier schalte ich mich jetzt zuerst auf mit SSH, dann der Benutzername, mit dem Sie sich auf Ihrem Pi aufschalten. In meinem Fall ist das Pi. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und add und dann eben die IP oder eben den Domain-Namen, der in Ihrem LAN benutzt wird. In meinem Fall ist das die IP 192.118.111.159. Schicken wir ab. Beim allerersten Verbindungsversuch werde ich gefragt, ob ich sicher bin, dass ich mich auf den richtigen Rechner aufschalte. Yes und dann Passwort eingeben. Und schon sind wir drauf. So, im zweiten Schritt mit sudo minus i verschaffe ich mir ganz kurz Root-Rechte. Um dann hier mit apt install docker.io. Wir brauchen noch Curl. Ich glaube, Curl ist installiert auf einem Raspberry Pi standardmäßig. Ich schaue aber jetzt gar nicht erst nach. Ich sage ihm einfach, ich will auch noch Curl haben. Also Leerzeichen Curl dahinter und dann minus y. Für den Fall der Fälle, dass Curl schon drauf ist, wird es einfach ignoriert. Ich muss mir da also nicht groß Arbeit machen. Da stand es nämlich direkt hier. Curl ist already drauf. Insoweit. Das läuft. Also, docker.io wird jetzt noch installiert. Müssen wir einen Moment warten. Ist der Teil abgeschlossen, sind wir hier wieder in der Eingabeaufforderung und können uns an die Installation von Docker Compose machen. Das machen wir allerdings nicht über apt, sondern dazu Link natürlich in der Beschreibung. Rufen wir die Webseite auf, denn hier ist der entsprechende Befehl, den wir dazu brauchen, to download and install. Man kann hier auf den Copy Button klicken und danach das Ganze hier einfach nur mit der rechten Maustaste eingeben, wird automatisch eingetragen und abschicken. Im letzten Schritt muss dann eben Docker Compose noch ausführbar gemacht werden. Dann dazu CRMod plus X und dann brauchen wir den Pfad zu unserem Docker Compose. Den haben wir hier oben stehen, wo das Ganze hinkopiert wurde. Das O steht hier für Output. So, ich habe das Ganze markiert. Rechte Maustaste, dann habe ich es automatisch kopiert. Dann hier unten rein und nochmal rechte Maustaste. Dann habe ich es automatisch wieder eingefügt. So, das abgeschickt und schon ist das Ganze ausführbar. Und jetzt können wir Docker Container installieren, wie wir wollen. So, und den ersten Container, das wird dann jetzt Portainer sein. Dazu auch natürlich Link in der Beschreibung. Das bringt uns dann auf die Seite hier, install Portainer. Und im Grunde sind das die Befehle, die man dann auch danach immer wieder ausführt, wenn man eben einen Docker Container erstellen möchte. Da steht dann hier eben zuerst mal das Volume erstellen mit dem Befehl. Oder hier direkt wieder kopieren. Hier einfügen. Abschicken. Da ist der Container erst mal erstellt. Und der Container, der muss jetzt noch gefüllt werden. Und zwar mit... Dann klicke ich hier auf die Community Edition und wieder auf den Copy Befehl. Auch einfügen. Abschicken. Kriegen wir erst mal die Meldung, dass er das Ganze lokal nicht finden konnte. Das ist aber normal. Es sei denn, man hat es vorher runtergeladen. Und dann wird das Ganze schnell aus dem Internet gezogen. Wieder auf der Eingabeaufforderung angekommen, ist hier alles abgeschlossen. Das Einzige, was wir uns jetzt noch merken müssen, ist die 9443. Das ist der Port, damit wir auf das Webinterface von Portainer zugreifen können. Dann insoweit jetzt hier im Firefox einfach HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash und jetzt die IP von unserem Raspberry Pi natürlich. Denn der Raspberry Pi, auf dem läuft ja Docker. Also in meinem Fall war das 192, 168, 111.159 und jetzt Doppelpunkt 9443 war das. Abschicken. So, mögliches Sicherheitsrisiko erkannt. Das Zertifikat, das zur Verschlüsselung benutzt wird, ist selbst erstellt. Und insoweit, die Fehlermeldung in dem Zusammenhang ist jetzt völlig normal. Wir klicken auf Erweitert und danach Risiko akzeptieren und fortfahren. So, dann sind wir zum ersten Mal auf unserem Portainer und beim ersten Mal müssen wir ein Passwort vergeben. So, das machen wir natürlich. Das Passwort muss zwölf Zeichen lang sein. Insoweit, doppelte Tipparbeit für mich. Und am Ende Create Nutzer. Das kann gespeichert werden. Und wir sind fertig. Wir haben jetzt hier unsere Umgebung. Hier werden schon die Container dann angezeigt. Und hier haben wir einen Container. Und wenn ich da draufklicke, nochmal, das ist der Portainer, den wir gerade installiert haben, auf dem wir gerade sind. Hier drüber können wir dann unsere derzeitigen und auch künftige Container ganz einfach administrieren. Zeigen wir dann auch in einem anderen Video. Okay.